jo Freunde was geht und damit herzlich willkommen und heute werden wir die größte map wahrscheinlich der den mapmaker je gesehen hat fürs erste erstellen oder ich werde die größte map bauen das sage ich euch ich baue die obwohl ihr könnt mitkommen ist ja gar nicht so lange also wir gehen auf mapmaker erstellen nennen den einfach groß gehen auf platzieren jetzt einfach hier ganz hinten einfach so einen kleinen block und jetzt können wir auf speichern gehen und wir dann gehen auf test auf groß und wie schon gesagt da ein einziger blog oh mein gott ich frag mich einfach wie das aussehen wird oh mein gott oh mein gott ich versuche gleich noch eine kleinere map noch eine größere map zu erstellen apropos kleiner mit kleiner werde ich das auch machen ähm das wird auch gleich das wird auch gleich kommen das ist einfach so spannend hä das fühlt sich einfach so komisch an da hat man mal so richtig freie bahn man hat zwar keine büsche aber die in der sackgasse sind die sind meistens in der sackgasse können ja nichts mehr machen ich glaube max ist aber der beste brawler den man für diese map auswählt weil max ist schnell das steht fest max hat für schüsse auch gut um sich schnell zu verteidigen ihr müsst ja block hat das hier auch mit der star power aber jetzt ist er in der ecke vorbei so ich versuche die noch mal ein bisschen zu verändern hier und ich nicht meine labyrinthier map bearbeiten wir machen das so das so löschen oh mein gott jetzt haben wir eine komplett leere map eine ganz leere oh mein gott einfach richtig leer in die leerste map die ich je gesehen habe die büsche sind natürlich nicht von mir dass das da habe ich gar nicht gemerkt aber das ist das ist cool das ist richtig cool so eine richtig uff läsche aber das war's mit dem video last like und nabo da wir sehen uns haut rein und ciao kakao